Nur Wien bleibt auf dem hohen Preis, weil sie wiederum das ganze Geld, was sie versämmelt haben durch Spekulation, wieder einbringen müssen. Ich kann Ihnen nur sagen, in Wels sind die Gebührenerhöhungen am höchsten und da gibt es einen blauen Bürgermeister. Dort sind allein unsere Boxengebühren versechsfacht worden. Da können Sie sich derzeit ausrechnen, wie in Wels die Gebühren explodieren. Und das ist immerhin Ihr Bürgermeister. In Wels wurden die Energiepreise nicht erhöht. Na okay. Ja, und auch die mitten im Gemeindebau. Übrigens auch der Herr Babel in Dreiskirchen hat die Mieten im Gemeindebau dort nicht erhöht. Gleichzeitig, aber irgendwie ist die SPÖ leicht schizophren, kommt der Michael Ludwig und erhöht es dauernd. Und der Babler tut auf Bundesebene nicht dauernd um ein Tumschauen. Wir brauchen eine Mietpreisbremse, wir brauchen eine Strompreisbremse. Ja, aber in Wien macht der Bürgermeister Ludwig, alias Räuber-Rathausplatz, genau das Gegenteil. Der erhöht die Mieten im Wiener Gemeindebau, wo er direkt verantwortlich ist. Er könnte mit einem Fingerschnipp sagen, nein, wir erhöhen es nicht.